Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Sniper 4! Okay, dann kann ich den Generator so nicht ausschalten. Aber ich kann da hineingehen. Was ist das für ein Zeug hier? Gut. Was ist das für Zeug? So, Telegramm-Oberstleutnant Franz Drechsler. So, irgendwie geht's dem nicht gut. So, da nichts hin. Da war doch grad was. Bei der Hintertür. Okay, da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Da kommt doch einer. Da kommt doch gleich einer. So, meine Lieben. Zum Offizierskill der Rocher. Das war schön. Ah! Und es kommt keiner nach. So, wir sehen mal nach. Wie es unseren Freunden da drüben geht. Haben doch jetzt Verdacht geschöpft. Genau. Er hier zum Beispiel. Oder. Oder natürlich. Er hier. Ja. So. Der nächste Nazi. Ja. Das war sogar nicht beabsichtigt, aber eine grandiose Leistung. Da ist doch sicher einer. Ja. Wapp, 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 wapp. Wieso, wieso bist du da drüber geklettert? Komm rein! Wapp, 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 wapp. Wapp, 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 wapp. Wie. Hier. Herzlich willkommen in der Infanterie. Nein! Wapp. 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 Aja, 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 Aja! Sag, wie viele sind da? So. Jetzt mal schnell verbinden. Nachladen. So. Ihr versteckt euch nicht mehr hinter diesem LKW. So. So. Eingeweide. Eingeweide. So. Warum? Warum machst du das immer? Eingeweide. Nein. Ach. Und Mauerjumping. Und kein Verband mehr. Und... Ich beende das heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.